Und weiter geht's. Und womit eigentlich? Lester wollte ich ja noch nicht gucken. Sonst? Was ist denn das hier eigentlich? Achja, meine Garage. Achso. Mit Michael können wir natürlich durch Simeon. Mal gucken, was der so treibt. Oder mit wem? Waffen, Maul ohne Ende. Oh, Tracy ruft ein. Traci, Baby. Du calledest? Ja, look, Dad. Wir haben Angst. Ich bin Angst, auch. Ich will wirklich dich sehen. Ich will dich nicht sehen. Du brauchst Hilfe. Wie, wirklich, wirklich Hilfe. Und wenn du das nicht verstehst, dann wird dich getötet. Traci, ich liebe dich. Aber du wirst nicht wissen, was du bist. Ich versuchte, Daddy. Das ist alles, ich konnte. Was soll ich tun? Na gut. Das ist natürlich nur ihre Meinung. So, und Simeon. Ist natürlich auch Irrschenwöl. Uh. Gutes Moped. Nice Bike. Gleich mal drauf auf den Ofen. Ja, da geht's doch gleich ab hier. Naja, oder nicht so richtig. Immer trifft man so eine verfickt kleine Ecke von irgendeinem Scheiß. Mann. Irrschen so ein verkackter Mist oder irgendeine Scheiße gegen irgendwas trifft man hier immer und das nervt mich natürlich. So, die hier ist. So, wo ist denn jetzt hier oder Simeon? Was ist denn jetzt hier los? Hier ist eine Mauer. Was soll denn da? Scheiß. Was soll ich hier vor der Mauer? Soll ich über die Mauer klettern? Scheiße, geht nicht. Fuck me in der Ass. Was ist los? Da komm ich nicht rennen. Was soll denn das? Mann. Scheiße. Na guck mir mal andersrum. Oho. So. Ich gucke mich in Aliens. Geht an. Wie geht's dir? Mhm. Oho. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me Michael. Devin Weston. Did he... Does he want you to bump me off? No. Not at all. He said you were retiring, but might need some help on the movie. Only assholes retire Michael. Him and my son. They want to put me out the pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. Because this picture is gonna kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis. And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Cooler Typ. Oh. Solomon. I know if I was wrong, I said something wrong. Solomon. I'm looking for a while. Lasst euch mal nicht stürmen. Ah, so. Hier was auch reingegangen. Alles klar. The Coquette. We're going to try! No! We're going to try! We're going to try! Hey Solomon! I'm just doing that thing! Good, good! Now, I realized in my excitement. I forgot some details. Ja, das war so obvious. Du willst diesen Pelosi-Klipfen? Nein, Gott, nein. Ist das eine Option? Nein, nein. Schade Idee, schade Idee. Keine Klippung. Er ist auch in meinem Direktor. Wenn du es glaubst. Also, zeig dir diesen Punk einen Lernstern und bringe das Talent zurück zum Set. Ideal in einem mehr collaborativen Moment. Ich will sehen, was ich tun kann. Die werden alle im Club sein? Ich habe gesagt, es ist kein Club als ein Ratpit. Anton und Milton sollten da sein sein. Und Pelosi ist auf dem Weg, um sie zu holen. Er hat sie zu seinem Lernstern, um die Kontraste zu vermitteln. Also, wenn er hört, dass jemand aus dem Studio kommt, dann wird ihn schnell raus. Okay, ich gehe ruhig. Ich sehe dich auf dem Set, Boss. Wollen wir mal gucken, was wir dem so beibringen können. Warum steht der da? Warum steht der da? Was steht der da? Was steht der da? Ich bin ein Weak-Masset-Pier. Na, mal sehen. Ich glaube, den prügel mal ein bisschen. Ah ja. Was? Den Hubschrauberlandeplatz? Ah. Dazu kann ich wahrscheinlich nicht irgendwo hochspringen. Hm. Und wann alamiere ich den? Probier mal was aus. Ah, das nennt sich dann Kollateralschäden wollte ich sagen. Ja, es ist blöd. Ich bin im Schleichenmodus. Dann springe ich drüber und bin nicht mehr im Schleichenmodus. Das ist ein bisschen nervig. Scheiß. Das ist ein bisschen nervös. Komm, verpisst er. Max, haben wir keine Kälte? Ah, wir haben das. Oder Molly? Molly? Nein, nein, es ist McElroy. Nein, McElroy? Ich finde mich. Laufen wir einfach mal weiter. Na, vielleicht klappt es auch ganz gut. Das war's. Das war's. Ihr geht zurück zum Set. Oh, wer ist das? Wer ist das, jackass? Hey, du! Oh, es ist ja, diese Leute sind in Liebe mit ihren Kontraktieren. Also, sie werden zurück zum Set mit mir. Könntest du diesen verdammt, Clown? Nein! Dieser Mann ist all meine! Ha, 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 ha. Ah, höhere Stärkewert. Scheiße, der ist ziemlich niedrig. Sitze, du verdammt. Ich will's gar nicht mehr wie immer. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wir werden einen neuen Deal machen. Du verlassen meine Leute allein, und ich werde dich nicht aus dem Ort. Oh, ja. Okay, sicher, Mann, sicher. Okay. Lass uns zurück zur Lade. Woah, woah, hey! He, 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 he. You can bully him, but you can't bully Talente, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talente? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Gewagt. Fluch mal. He, he, he. Ach, scheiße. Ich drücke immer die Feiltasten. Kann ich nicht sowas wie eine Fassrolle machen? Hey, hey! No! Can I just say, I was just in this for the promise of strong drugs? Yeah, die Fluch ist mir ein bisschen zu nehmtisch. Hey, I've got a feeling you might want to reconsider as well. Help! He, he, he. He, he. You meant to go over with him. Juhu! Juhu! Zebye alright! Ache, Ei Milton! My husband! I think you owe an apology to Mr. Richards! Would I be a pain? No, you should apologize to me! The brutal honesty bus. You are not that good. Uuuuuh!! Du bist mir schuldig, oder? Ich bin ein Arzt, Mann. Ich bin sicher, dass du dich entschuldigst. Wenn du zu Solomon gesehen hast, du sagst, sorry für die Verständnis, Sir. Und du wirst immer, immer apprechst die Möglichkeiten, die er dir gegeben hat. Look, ich wollte nur einen besseren Deal. Jeder will einen besseren Deal. Jeder ist serviert, verwendet Auto, schreibt in Sprache, will einen besseren Deal. Aber du hast den besten Deal, der ist. Du machst die Filme. Ja, du hast es so gesehen. Ich glaube, du hast eine große Geldbezüge und Payments zu mir in einem Beachside Bungalow in Chumash. Shut up! Du bist Glück. Ich habe das nicht die Möglichkeiten, du hast. Ich gebe meine lefte Arm, um zu tun, was du machst. Du machst ein Film. Es ist nicht ein Film. Es ist ein Klischee. Jetzt, wo ich das Ding aufbauen? Wenn Kevin Weston kam, um ein Studio zu machen, dann landen wir da mal. Scheiße. Den Helikopter würde ich gerne behalten. Ich weiß, dass Salomon so Angst zu sehen ist. Schau, ich fühle mich ein bisschen Angst. Wie bitte, ich kenne meinen Mann, gehe mit einem kleinen Jolly und kenne Salomon von woher ich in einer Woche wende. Wie bitte, du siehst ihn jetzt und wir fahren wieder, wenn du überhaupt ein Piss-Test fiel. Dann rennen wir mal wieder rin. Ach, da ist er schon. Wie bitte, ihr könnt. Anhang, mein Kind. Du bist ein Arzt, ich weiß das. Und diese Geschichte ist das beste Art Geist. Ein klischeexung cruise-Walter für Dross, der du in eine Magie schadest. Du bist ein Zeug. Ich liebe dich. Also, Salomon. Milton hier hat etwas, was er willet sich sagen, sag. Ja, ich möchte nur sagen, dass ich entschuldigung für irgendwelche Verständnisse, Herr. Und ich... ich empfiehiere... ... die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast. Natürlich, natürlich! Michael, was kann ich sagen? Du bist ein Naturall. Ich liebe dich. Du bist zu nett. Nein, nein, ich meine es. Ich meine nicht. Aber es wäre okay, wenn ich dir einen Schraub geben würde? Diese Schraubung ist für einen Grund oder anderen gegründet. Ich brauche einen Assoziator. Na klar. Ich würde das lieben. Wir sprechen bald. Ich muss gehen. Oh, hell ja. So muss das sein. Mr. Jones. Bestanden. Ja, ich weiß, dass das ausgeschaltet ist, damit es mir nicht auf die Nüsse geht. Oh, der Eli ist noch da. Hey, Mr. Madrazo. How's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look. Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. Alright, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. Okay. I'll have my people messenger him. Na da. Gucken wir vielleicht gleich mal hin. Guck mal, hier ist ein Heli-Landeplatz. Geil. Also da unten ist einer gewesen. Ja, wie kann ich denn jetzt den Heli hier behalten? Scheiße. Ja, das ist ja cool. Ja, geben wir mal wieder mal hin auf die Nüsse, du Pern... Boah, wie geil war das in Y-City als wir dann den Heli auf dem Dach hatte. Oh, ich sieht die Wand wie auch episch. Schauen wir mal. Ein bisschen näher ran vielleicht Das sieht doch nicht gut aus Gucken wir mal was der so will